hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren paladins battle mal wieder ist ja mittlerweile standard eigentlich schon auf meinem kanal was ich sagen wollte warum ich jetzt hier gerade im shopping menü bin es sind noch zwei tage übrig dann kriege ich die kristalle endlich zusammen irgendwie ein bisschen blöde war ich weiß nicht warum ich da exakt eine 9 hinten habe könnte an den ton liegen oder moment ich gucke mal gerade hat eine tour ist es nicht hat ein gegenstand eine ungerade summe nein solche mysterien in manchen spielen ich krisel immerhin in spielen wo man keine ungerade zahl haben kann also weder dass ich im einer oder im zehner bereich eine ungerade zahl haben dürfte kriegst irgendwie hin eine ungerade zahl zu kriegen ich weiß nicht wie ich weiß nicht warum ich weiß nicht weshalb auf jeden fall würde ich sagen ja wie ihr seht ich habe noch zwei tage vor mir also ich muss das heute aufnehmen ich habe zwei tage verpennt sonst hätte ich die heute aufmachen können aber ihr wisst warum ich die sammel nämlich für den hier für den alpha rasa genau ist natürlich schade wie gesagt dass ich dafür meine ganzen edelsteine dann hin ballere aber ich werde auf jeden fall aktiver wieder spielen das heißt ich muss insgesamt 600 edelsteine umgerechnet sind das ja moment 50 100 sind zwei wochen sind also 14 ja dann muss ich insgesamt ach du scheiße das sind sehr viele tage die man aktiv sein muss holy moly also 600 edelsteine geteilt durch 28 können wir mal rechnen also 28 tage schon eine ganze menge 28 tage das sind allein schon 200 also dreimal 28 um es noch mal zu vereinfachen 8 16 äh 8 16 24 zwei in sinnen ja okay man ist knapp eineinhalb monate dabei gut lange rede kurz sind ich würde sagen ich gehe jetzt ins battle und hoffe dass wir heute was reißen und von daher ach so heute mal nicht wie sonst mit imani auch wenn sie halt neuer champ ist und so weiter und so fort sondern heute ausnahmsweise mal wieder nach längerer zeit mit einem champ den ich so gar nicht beherrsche da könnt ihr schon erraten genau schall in ich wollte einfach mal wieder bogen spielen ich weiß nicht warum es hat mich irgendwas geritten auf jeden fall ich spiele heute schall in einfach mal zum versuch wieder ob ich den irgendwie noch hinbekomme dass ich den spielen kann ja und ansonsten würde ich sagen man hört sich gleich wieder in der runde von da bis gleich ja somit hallo und herzlich willkommen jetzt auch in dem battle rein aus irgendwelchen gründen habe ich 100 fps gerade mag mir gefallen ich freue mich auf jeden fall darüber das alles hier jetzt funktioniert flinke hand ach ja klar wir laden ja nicht nach wir haben ja einfach 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ok ich habe so das rhythmus den rhythmus zwischen raus ok es wird interessant wie gesagt ich habe halt den champ schon länger nicht mehr gespielt es kann sein dass ich die ersten paar male sterben werde einfach weil ich sterben werde wow 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 ok ich hocke gerade ich hocke gerade ganz schön hätte ich jetzt nicht mitgerechnet na verdammt okay wir na gut es ist auch mein team zu schulden oh ah schade den hätte ich noch schön kriegen können ok schön den geladenen pfeil halten ok sehr schön da ist halt schön reingesprungen der ist auch weg den hit habe ich gerade gehört oh ok momentan läuft es gerade ok das war ein bisschen unsauber geschossen die kam nicht mehr weg die kamen nicht mehr weg Ah! Your sight, Bill! Okay, den habe ich sauber erwischt. Okay. Krass! Okay, das ist das erste Mal. Also ihr wisst, wie scheiße ich sonst mit dem Champ war. Also guckt euch die Folgen an auf jeden Fall. Müssten noch drin... Ich glaube, das sind sogar noch die alten Bilddinger drauf. So, ich will auf jeden Fall auch ein bisschen weniger Schaden. Ich habe vorhin, ich glaube, jegsich schaden gekriegt. Aber ich will auf jeden Fall ein bisschen weniger Schaden kriegen. So wollte ich gerade sagen. Moralschub brauche ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall Kronos. So, das ist hier die Abklingzeit aller deiner Fertigkeiten. Ähm. Ja, ich glaube, das nehme ich. Oder? Macht Sinn. Macht Sinn, weil die Kuh, warte mal, wie lange braucht sie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, okay, 6. Und dann brauchst du es um Pass. Ja, okay, das ist ganz gut. Gut, dann habe ich die relativ schnell wieder ready. Das ist dann total in Ordnung. Na, na, na. Wo ist, wo ist, wo ist? Helle Bett, helle Bett. So, den haben wir schon mal weg. Wir bleiben einfach mal stehen. So. Oh, okay. Da habe ich gerade nicht realisiert, dass der Tragos nicht zu uns gehört. Weil wir haben, glaube ich, ja, wir haben auch einen Tragos. Deswegen habe ich das nicht so schnell realisiert. Ist das, dass der andere ist? Für fast dick. Hä? Ich weiß nicht, was die da gerade schreiben. Also, falls ihr das da unten im Chat verfolgt, herzlichen Glückwunsch. Ich habe Spaß. Ich kann nicht realisieren, weil ich natürlich gerade fokussiert bin. Oh, 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 oh. Okay, das war gerade Luckshot. Das war auch ein Luckshot. Jetzt läuft bei mir. Okay. Ähm. Okay. Wo ist er jetzt? Ist er oben oder unten? Mann. Okay, das lief schnell. Ich muss gleich mal gucken, wie schnell, weil ich habe nicht darauf geachtet. Aber so richtig habe ich nicht mitgerechnet, dass ich das so schnell packe. Ähm. Tut mir fast schon leid. Ich glaube, ich mache dann auch Folgenschluss vielleicht. Dann mache ich noch was anderes hier gerade parallel. Weil ich glaube, ich will jetzt nicht, dass ich in der nächsten Runde dann total scheiße spiele. Obwohl, ich weiß nicht. Vielleicht. Er weiß. Ach, den Drakos habe ich hier weggesteilt sogar. Cool. Das ist natürlich... Na, egal. Hm. Mal eben gucken, wie lange das jetzt gedauert hat. Achtung. Richtig schnell waren wir. 7 Minuten 25. Ja, dann mache ich noch etwas anderes. Ich weiß... Obwohl... Mache ich noch eine zweite Runde? Zweite Runde könnte länger dauern. Dann habe ich dann zu viel Zeit drauf. Ne, dann mache ich eben nochmal schnell was anderes. Auf jeden Fall auch das hier absammeln. Und warum habe ich jetzt... Habe ich gerade richtig gesehen, dass ich schon wieder Sachen gekriegt habe dafür? Ich verstehe das nicht. Ich muss mal genauer drauf achten. Wir gehen mal ganz kurz auf den Schießstand. Einfach mal aus Prinzip, denn ich möchte noch mal ganz kurz ausprobieren. Moment. Das kann sich künzeln da und ich weiß nicht, warum das überhaupt so lange immer lädt. Man sollte meinen, dass der Schießstand eigentlich sofort lädt. Weil... Ja, kein Online-Spiel ist, sondern ein ganz normaler Bereich. Aber hey! Ich bin ja nicht... Äh... HiRise. Ich... Ich habe es ja nicht entwickelt. So... Waren wir ihn denn? Ähm... Wie war... Warte mal, warte mal, warte mal, warte, 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 warte... Ähm... Champion wechseln. Ich mache mal ganz kurz da hin. So... 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 Ich muss nämlich mal ganz kurz was nachgucken. Wo ist er jetzt wieder hin? Da. Haha! Tatsächlich! Ähm... Warum ich gerade lache oder mich gerade so ein bisschen erfreue, ist diese zwei Karten. Ich finde richtig schön, dass es... Ich weiß nicht, ob ihr es gerade selber realisiert. Falls nicht, ähm... Schreibt jetzt jetzt mal in die Kommentare. Ich warte ganz kurz. Okay. Ich habe lange genug gewartet. Falls ihr es jetzt in die Kommentare geschrieben habt, perfekt. Ansonsten sage ich hier nur... Disney. Es ist Aladdin. Es ist einfach... Fucking Aladdin-Szene. Hier dieses, wo er aus dem Fenster springt. Und hier, wo er richtig schnell mal vor den Wachen abhaut. Ne? Das ist halt so richtig schön eingebaut. Einfach als, ähm... Kleines Isaac. Also meiner Meinung nach als Isaac. Kann mich auch täuschen und das ist halt total was anderes. Aber es ist einfach... Hier sieht man halt Agrabah so, glaube ich. Wo er halt aus dem Fenster springt, da bei denen... Wo er von den Wachen verfolgt wird. Also... Anders kann ich das nicht nennen. So, was ich eben hatte, war ja, glaube ich, Lebens... Äh, doch, Lebens... Refugium. Ausbrenner hatte ich mit. Und dann hatte ich noch Kronos, ne? So, und das mache ich jetzt mal auf der höchsten Stufe. Äh, Refugium ist eigentlich irrelevant. Deswegen mache ich das noch auf die höchste Stufe. Und das hier. Mal sehen, wie er dann abgeht. Okay. Eins, zwei, drei, vier... Oh Gott, ich bin für ein Fangcar keine Bedrohung. Okay, fünf Pfeile brauche ich mindestens. Schöne Scheiße. Pass ich mir auch immer wieder, ne? Okay, aber ihr seht schon mal, dass die Abklingzeit schon mal ein bisschen schneller ist. So, okay, mal gucken. Drei, vier, fünf, sechs. Okay, also, das reicht definitiv, um den wegzuholen. Ja, und das reicht auch auf jeden Fall. Also, das ist schon interessant. Oh, okay, die Reststick habe ich gar nicht benutzt, fährt mir mal ein. Oh, was ist eigentlich, wenn ich... Moment. Was ist eigentlich, wenn ich die Reststick einsetze und dann auf den baller? Okay, nichts, dann wird einfach die Reststick deaktiviert. Sehr schlau. Sehr schlau, Highrise. Oh, Alter, der pusht ja richtig. Hm. Aber ich sehe noch nicht so ganz, äh... Keine Ahnung, das muss daraus. Aber ich bin auf jeden Fall froh, ähm, die Runde war relativ schnell. Ich weiß, heute mal eine richtig kurze Folge dadurch, leider Gottes, könnte man sagen. Aber immerhin, überhaupt eine Folge. Okay. Oh, noch getroffen. Krass, also... Aber man kann hier schon ganz gut üben, eigentlich, auf den Schießstand, auch wenn halt das meiste einfach echt nur diese Standardsachen sind halt, dass sich der Shark da hin und her bewegt. Also, wirklich, muss da halt verfolgen und nicht einfach irgendwie random herumläufen. Ist halt ein bisschen schade, meiner Meinung nach. Keine Ahnung. Also, irgendwie... Ich verstehe es halt nicht, den Champ. Muss ich ganz ehrlich sagen, also... Hitzen... Hitzenebel. Keine Ahnung. Vielleicht macht man dann einfach mehr Schaden im Allgemeinen. Ich verstehe es halt echt nicht. Egal, lange, kurze, kurze Sinn. Das war heute mal wieder eine schöne Runde mit Charlene. Wie gesagt, ich hätte zwei Runden gemacht, aber... Lieber nochmal auf den Schießstand, lieber nochmal was nachgeprüft, nachgeguckt. So allgemein. Aber, ja, die Runde habe ich ja doch gerockt. Es kann auch daran liegen, weil die Teams nicht ganz ausgeglichen waren. Aber, hey, immerhin war es relativ cool. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs dranbleiben. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao.